Er kennt keiner Barmen. Er fährt durch den dichtesten Kugelhagel und die explosivsten Minenfelder. Jackie Chan, der Superheld in dem absoluten Super-Action-Film Fantasy Mission Force. Jackie Chan, als der Anführer einer Gruppe absoluter Spezialisten. Jeder einzelne von ihnen zählt zum Besten, was es auf der Welt gibt. Diese Truppe kennt keine Probleme und falls es welche geben sollte, stürzen sie sich Hals über Kopf hinein ins Abenteuer. Es geht um Geld, genauer gesagt um eine halbe Million Dollar. Doch immer wieder stößt Jackie Chan auf unerwartete Hindernisse, die sich nicht einfach vom Tisch wischen lassen. Aber starke Argumente von zarter Hand ins Spiel gebracht helfen da weiter. Doch auch ohne Waffen weiß Jackies Gefährtin Lily sich zu helfen. Sie steht in jeder Situation ihren Mann. Wenn nicht zwei. Ihre Gegner sind unberechenbar und verfügen über übermenschliche Kräfte. In jeder Sekunde dieses verrücktesten Actionfilms des Jahres lauert der Tod auf Jackie Chan und seine Freunde. Fantasy Mission Force. Ein Super-Action-Film, den sie sich nicht entgehen lassen dürfen. In der Hauptrolle Hollywood-Superstar Jackie Chan. Nach Spitzenfilmen wie Der Knochenbrecher und Auf dem Highway ist die Hölle los Teil 2, nun in seinem bislang wohl spektakulärsten Actionfilm Fantasy Mission Force. Jede Sekunde dieses Films ist mit Dynamit geladen. Machen Sie sich auf das Schlimmste gefasst. Denn dieser Film ist hochexplosiv. Gehen Sie lieber in Deckung. Jackie Chan in Fantasy Mission Force, dem verrücktesten Actionfilm des Jahres. Und dem heißesten. Jackie und seine Freunde geraten immer tiefer in den Sog der übernatürlichen Kräfte. Die Mächte der Finsternis kennen keine Erbarmen. Und was noch schlimmer ist, sie sind allgegenwärtig. Kein Wunder, dass unseren Freunden der Appetit vergeht. Doch noch ist Lilly nicht besiegt und stellt sich entschlossen den Feinden entgegen. Hotte! Was? Oh! 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 Fantasy Mission Force. Ein super heißer Actionfilm der Spitzenklasse. Ein Film wie Dynamit. Lassen Sie sich diesen Nervenkitzel nicht entgehen. Es sei denn, Sie haben ein schwaches Herz. Bis zum letzten Atemzug wird dieser Film Sie fesseln. Jackie Chan und seine todesmutigen Freunde im Kampf gegen eine ganze Armee. Fantasy Mission Force. Der verrückteste Actionfilm des Jahres. Ein Film wie ein Vulkan. Vergessen Sie, was Sie bisher an Actionfilmen gesehen haben. Denn Fantasy Mission Force setzt neue Maßstäbe und sprengt alle Dimensionen. Ein Film von Karo Video. Action, Action, Action. Dieser Film ist der reine Wahnsinn. Superstar Jackie Chan schlägt noch härter zu, ist noch schneller auf den Beinen und trifft immer ins Schwarze. In Fantasy Mission Force. Sie werden vor Begeisterung explodieren. Bei dem Super-Action-Film Fantasy Mission Force. �-Action-Film Fantasy Mission Force. Eine Musik von Betten,陽, ninguna Genderh Munn cupcakes. -Action-Film Fantasy Mission Force. 볼 K وجress encore koh Yob. Ausatmen.